Unser nächstes Thema heißt Entstehung von EU-States. Klingt jetzt ein bisschen trivial, aber man könnte ganz einfach anfangen. Man könnte sagen, EU-States fallen nicht vom Himmel. Sie sind kein Zufall. Die allgemeine Erklärung für die Entstehung von EU-States lässt sich sehr gut mithilfe der psychischen Grundbedürfnisse realisieren, die verschiedene Forscher Gruppen erarbeitet haben. Ich persönlich halte mich besonders an Klaus Grawe und seine Gruppe. Das Interessante daran, finde ich, ist, dass vier psychische Grundbedürfnisse differenziert, die total wichtig sind im Zusammenhang für die Entstehung von EU-States. Klaus Grawe würde sagen, wenn es um diese vier Grundbedürfnisse geht, ist der Organismus bestrebt, eine Art von Gleichgewicht oder eine Art von Zustand zu erreichen, in denen die möglichst gut befriedigt sind. Diese Grundbedürfnisse. Er nennt es das Bestreben nach Konsistenz. Also wir können mal anfangen mit dem Grundbedürfnis nach Kontrolle und Orientierung. Da gibt es bei unseren Patienten natürlich unendlich viele Möglichkeiten oder Anlässe, wo dieses Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle gefährdet ist. Im Traumabereich würde ich sagen, nicht nur gefährdet, sondern wirklich auch nicht nur bedroht, müsste man sagen, sondern richtig außer Kraft gesetzt. Deshalb ist es ein wichtiges Grundbedürfnis. Kontrolle hat ja auch so ein bisschen so einen, ich sag mal, so einen negativen Touch, so nach dem Motto, hat man das nötig, so Kontrollfreak muss das sein. Aber spätestens, wenn wir Kontrolle verlieren, merken wir, wie wichtig das ist. Und der Körper würde jetzt ein Aktionssystem losschicken, um wieder Kontrolle in dem Ausmaß herzustellen, wie es sein soll. Der Weg zur Ego-State-Therapie ist jetzt eigentlich ganz einfach. Der Weg geht so, dass ich sage, das, was Klaus Grawe als Aktionsprogramm beschreibt, beschreibe ich jetzt als Ego-State. Das heißt, Ego-States sind im Auftrag des Organismus unterwegs, um für psychische Grundbedürfnisse zu sorgen. Leider ist es jetzt nicht so, dass wir jetzt pro Grundbedürfnis einen Anteil hätten. Das wäre natürlich super, das wäre so schön verteilt. Wir hätten vier Abteilungsleiter für jedes Grundbedürfnis ein und könnten in der Therapie dann relativ zügig mal die sozusagen durcharbeiten. Aber trotzdem sind die Ego-States, die wir vorfinden, im Auftrag eines oder mehrerer Grundbedürfnisse unterwegs. Nehmen wir als zweite Grundbedürfnis, Bindung. Bindung ist natürlich ein Klassiker oder ein weites Feld. Da würden uns wahrscheinlich jetzt auch extrem viele Beispiele einfallen. Sie können sich selber fragen, was mache ich eigentlich, um für Bindung zu sorgen? Was mache ich? Und wir würden feststellen, wir unterscheiden uns alle ein bisschen in den Strategien, wie wir für Bindung sorgen. Klaus Grawe würde jetzt sagen, klar, das Grundbedürfnis ist bei allen gleich, aber die Strategien dafür zu sorgen sind natürlich für jeden Menschen anders. Und genauso wäre es mit den Ego-States. Ich würde sagen, jeder Mensch wird Ego-States haben, die für das Bindungsbedürfnis sorgen, aber die Werkzeuge der Ego-States, also die Strategien, auf die er zurückgreift, werden sich total unterscheiden. Manche würden sagen, ich versuche mich total anzupassen an jemanden anders und ihm alles recht zu machen. Dann schaffe ich ja sozusagen Bindung, weil der andere findet es dann so praktisch und angenehm, dass ich ja alles mache. Und dann würde man feststellen, okay, das kann irgendwie total aus dem Ruder laufen in Richtung Unterwürfigkeit oder devotem Verhalten. Die Strategie, um für Bindung zu sorgen, wäre Unterwürfigkeit. Und es gibt vielleicht einen Anteil, der dafür sorgt, mich so zu verhalten. Ein anderer könnte sagen, ich sorge für Bindung, indem ich ein bisschen auf den Tisch haue oder vielleicht gleich auf den Tisch tanze oder mich sonst wie hervortue und dann sind die anderen ganz beeindruckt und komme ich sozusagen in Bindung, wäre eine andere Strategie für dasselbe Grundbedürfnis. Also die Frage wäre eigentlich weniger, was ist das Problem mit der Bindung, sondern das Problem entsteht meistens durch die Strategie dafür zu sorgen. Wenn sich eine Patientin zu Hause verprügeln lässt und ich als Therapeut schon einen Hals kriege, weil ich denke, ich kann das gar nicht aushalten, sie lassen sich verprügeln und die Patientin sagt mir dann gleichzeitig, aber Herr Fritsche, er ist der Einzige, der zu mir hält. Dann haben wir sozusagen ein typisches Dilemma, weil die Partnerschaft offensichtlich noch das Bindungsbedürfnis befriedigt, aber gleichzeitig mit Verletzung und Gewalt zu tun hat und die Patientin in einen riesen Stress kommt, weil sie es nicht schafft, sozusagen die Bindung aufzugeben, um von der Gewalt wegzukommen. Ein Missverständnis ist häufig, dass Patienten dann so eine Idee kriegen von, ah, sie wollen, dass ich mein Bindungsbedürfnis aufgebe. Dann würde ich sagen, nee, 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 sie sollen nicht ihr Bindungsbedürfnis aufgeben, sondern wir müssten gucken, wie könnte man letztlich auf eine gesundere Art und Weise für Bindung sorgen, ohne dafür so einen hohen Preis zu zahlen, wie sich zum Beispiel verprügeln zu lassen. Also die Ego-States entwickeln eigene Werkzeuge, um für Grundbedürfnisse zu sorgen. Die Werkzeuge sind die Bewältigungsstrategien und die Bewältigungsstrategien erleben wir in der Praxis häufig als psychopathologische Probleme. Also wir haben wieder denselben Ablauf, wie schon erwähnt, dass die Lösung, also das Werkzeug, dann langfristig zum Problem wird. Selbstwert und Selbstwertschutz, auch ein wichtiges Thema. Kann man sich selber fragen, wie reagiert mein Körper, wenn mein Selbstwert bedroht ist? Das Repertoire kann wieder reichen von, ich ignoriere das zum Beispiel, wäre auch eine Strategie, ich kriege es gar nicht mit, bis hin zu, ich dekompensiere. Vielleicht wären es fast wie zwei Extrembereiche auf einem Kontinuum. Zumindest könnte jeder von uns jetzt wie eine eigene Strategie wieder berichten, wie, was mache ich eigentlich, wenn mein Selbstwert bedroht wird? Oder was mache ich auch, um meinen Selbstwert zu erhöhen? Okay, und dann gibt es noch das Bedürfnis nach Lust, Gewinn und Unlustvermeidung. Eingangs war die Frage, welcher Anteil von Ihnen hätte Lust, statt jetzt diesen Film zu gucken, was ganz anderes zu machen, wären genauso die Anteile, die dafür sorgen, dass wir unser Lustbedürfnis sozusagen nicht vergessen oder dass das wieder in unseren Alltag kommt oder eine Rolle spielt. Und wir könnten uns jetzt fragen, ja, wer hat welche Werkzeuge für Lust zu sorgen und Unlust zu vermeiden? Unlustvermeidung ist natürlich auch, wie die Psychotherapien interessantet fällt, weil sowas wie näher sich mit traumatischem Material zu befassen, nicht nur sozusagen das Kontrollbedürfnis betrifft, sondern natürlich auch das Lustbedürfnis, weil die wenigsten Menschen würden sagen, oh, da habe ich richtig Lust drauf. Die meisten würden sagen, oh nee, wenn ich es mir aussuchen könnte, könnten wir das nicht anders machen? Könnten Sie nicht eine Behandlung machen, wo ich es gar nicht mitkriege? Ist ja super auch für Hypnotherapie, dass man sagt, Herr Fritsche, am besten Sie könnten mich hypnotisieren und dann, wenn ich wieder da bin, dann ist die Störung behoben. Also logisch haben wir ein Bedürfnis, Schmerz zu vermeiden, Angst zu vermeiden, überhaupt negative Gefühle, alles, was uns keinen Spaß macht. Viele Patienten würden sagen, ja, die Hausaufgabe, die Sie mir aufgegeben, Herr Fritsche, aufgegeben haben, habe ich leider nicht gemacht, ist natürlich dann ein Dilemma. Ich kann sagen, ja, super, hat Ihr Körper gut organisiert, hat ja sozusagen Unlust vermieden, aber wir brauchen vielleicht auch, dass Sie sich trauen oder dass Sie sich überwinden. Zumindest könnte man jetzt wieder fragen, welche Anteile entstehen dafür, für mehr Lust zu sorgen und Unlust zu vermeiden. Also wir haben sozusagen Anteile, die sich kümmern und meistens Anteile, die sich für mehrere gleichzeitig kümmern. Das wäre jetzt wie so eine allgemeine Erklärung. Aus der Erklärung, das ist der Vorteil jetzt für die Therapiepraxis, leitet sich direkt die Frage ab, welche Funktion hat ein Ego-State. Das ist für Patienten total wichtig, gerade für die, vor denen Sie am meisten Angst haben. Also stellen sich vor, es gibt ein Ego-State, der sorgt dafür, dass sich eine Patientin selber verletzt oder dass sie suizidale Gedanken bekommt oder Impulse oder der dafür sorgt, dass sie ihren Körper gar nicht spürt. Viele Patienten würden sagen, also Herr Fritsche, wenn das ein Anteil wäre, der dafür zuständig ist, den würde ich gerne gar nicht haben oder der müsste so schnell wie möglich raus, dann hilft natürlich sehr, die Funktion dieses Anteils besser zu verstehen. Also die Frage, wofür brauchte es diesen Anteil? Im Trauma-Bereich ist es relativ klar, wofür braucht zum Beispiel ein Anteil, der dafür sorgt, den Körper nicht mehr zu spüren? Es braucht ihn dringend, um den traumatischen Schmerz in der Folge der Traumatisierung nicht permanent präsent zu haben. Und das wäre ein Anteil, der sagt, ich ziehe einen Stecker. Und wenn ich einen Stecker ziehe, dann wird der traumatische Schmerz nicht mehr gespürt. Und man könnte sagen, ist eine ziemlich coole Strategie. Dass langfristig es hoch problematisch ist, den Körper nicht zu spüren, ist eigentlich diesem Anteil dann egal. Oder er sagt, darum kann ich mich nicht auch noch kümmern. Ich habe es eh schon schwer genug, weil ich sorge dafür, dass er oder sie den traumatischen Schmerz nicht ständig spürt. Und ihr könnt mich jetzt nicht noch fragen, wie das später wird. Ich bin ja froh, wenn ich jetzt überhaupt erst mal hier über die nächsten Tage komme. Und aus den nächsten Tagen entwickelt sich natürlich ein Prozess. Und der Ego-State wird sozusagen seine Strategie verfeinern oder stärken und wäre dann auch höchst unzufrieden, wenn ich als Therapeut die Strategie jetzt ändern möchte, weil er sagt, ey, es lief bisher super. Herr Fritsche, bis Sie kam, lief es eigentlich super. Diesen Anteil übrigens sofort zu konfrontieren mit den Nachteilen seiner Strategie, würde ich auch deutlich für verfrüht halten, weil er, wie gesagt, ja selber entscheidet, ob er mit mir spricht oder mit mir in Kontakt geht. Und so eine Konfrontation wie, ja, aber merken Sie nicht, die Patientin kommt nicht klar und sie muss ihren Körper mehr spüren, sonst kann sie nicht für sich sorgen, könnte vom Timing her verfrüht sein und deshalb auch verpuffen. Wir brauchen sozusagen ein Verständnis der Patienten für die Funktionalität von Anteilen. Ich hatte jetzt, die letzten Beispiele waren jetzt alles Beispiele für bewältigende, destruktiv wirkende Ego-States, aber die Patientin braucht auch eine Idee der Funktionalität von traumatisierten Ego-States. Das ist für manche fast noch schwerer zu verstehen, weil sie sagen, okay, ich brauchte einen Schlüssel für die Not, das verstehe ich noch, aber wofür brauche ich einen Anteil, der das Trauma noch spürt? Das ist irgendwie komisch. Die Funktion von traumatisierten Ego-States besteht darin, dass man sich so vorstellen müsste, das peritraumatische Erleben kann sich leider nicht in Luft auflösen. Zumindest nicht bei den Patienten, die wir erleben, weil die haben ja in der Folgezeit eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das heißt, bei denen hat es sich nicht in Luft aufgelöst. Heißt, das peritraumatische Erleben ist noch da. Wenn es noch da ist, muss es, ich sage es mit meinen Worten, wie irgendeiner nehmen. Einer muss es nehmen. Wer nimmt es? Es nimmt ein Ego-State. Er nimmt sozusagen zu sich, das ist der traumatisierte Ego-State, der dieses Erleben verkörpert, was für den Organismus ziemlich praktisch ist, weil man könnte sagen, okay, wir haben jetzt einen Dummen gefunden, der nimmt und den sperren wir jetzt noch im Keller ein, dann sind wir dann los. Und das ist natürlich eigentlich eine relativ clevere Strategie, weil die ermöglicht die Alltagsstabilität. Die Person ist dadurch natürlich wieder funktional fähig, den Alltag zu bewältigen, weil es gibt eine Trennung zum Trauma erleben. Die Trennung gibt es, weil das traumatische Erleben einem Ego-State übergeholfen wurde und der wurde dann isoliert. Und das innere System sorgt jetzt einfach dafür, dass es so bleibt. Also die Funktion von traumatisierten Ego-States besteht darin, das traumatische Erleben zu präsentieren, zu repräsentieren, zu tragen. Man könnte auch sagen, ein bisschen wie ein Körpergedächtnis bei sich zu tragen, das ist die Funktion. Ich würde jetzt eigentlich nicht einen traumatisierten Ego-State danach fragen, sag mal, wofür bist du wichtig? Aber mein Verständnis als Therapeut hilft mir natürlich, um der Patientin gegenüber auch zu erklären, dass es einen Anteil gibt oder geben wird oder der noch vielleicht isoliert ist, der traumatisches Erleben trägt. Und wenn wir diesem Anteil begegnen, kann sein, dass wir davon was mitkriegen. Mit dem Modell von Klaus Grawe lässt sich eigentlich die Entstehung von Ego-States umfänglich beschreiben. Zumindest könnte man die unterschiedlichsten Ego-States jetzt einordnen in das Modell mit den Grundbedürfnissen. Aber andererseits haben Helen und John Watkins eine eigene Vorstellung natürlich entwickelt, wie Ego-States entstehen. Und diese Vorstellungen sind auch interessant für die psychotherapeutische Praxis, weil die uns erinnern an bestimmte Ego-States oder bestimmtes Erleben oder bestimmte Art zuzuhören oder die Patienten zu sehen. Und das wäre schade, wenn wir das viel überspringen oder auslassen. Manchmal könnte man jetzt überlegen, ist das jetzt wie ein Widerspruch, diese beiden Vorstellungen. Aber ich denke, es ist einfach eine total schöne Ergänzung. Die Idee von Klaus Grawe wäre bedürfnisorientiert und die Idee von Helen und John Watkins ist dreigeteilt. Und die drei Teile gehen wir jetzt mal durch, weil die ganz wichtige Hinweise nochmal uns bieten. Untertitelung des ZDF, 2020